Es ist ein bisschen Spaß! Jamie, wir sind ja letztens quasi durchgerastelt in der Silberliga. Uns fehlen noch zwei Sterne, damit wir zu bald kommen. Und dann wollen wir schauen. Okay, Jamie. Ja, ich muss eigentlich nur warten. Okay, jetzt geht's. Okay, let's go. Okay. 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 Und zwar einmal gut durch. Okay. Okay. Wir kommen Silber 4 ganz nah. Aber es ist schon gar nicht so leicht gegen ein Jamie. Okay. 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 Let's move During the end. Okay. 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 Okay, da habe ich keinen Bock gehabt, alles klar, Silber 4, okay, sehen wir uns beim nächsten Fall. Okay, meine Damen und Herren, Ken wieder. Wollen wir mal schauen. Okay, der ist ein bisschen wild drauf, aber den können wir bekommen. Okay, das ist ein bisschen wild drauf, aber das ist ein bisschen wild drauf. Juck, andere zwei. Ah, den haben wir ja. Er klebt sich ein bisschen durch die Gegend. Ich sehe auch seine Verbindung ist total ass, aber was soll man machen? Joa, die kriegen wir schon gebacken. Ja, hätte ich warten sollen. Let's party! Heya! Oh tschüss. Okay. Scheint so, als würden wir sehr schnell Gold werden, mal gucken. Nächster Fight gleich. Okay. Wieder ein Ken. Wie wir hier das managen. Ah, das ist das, da hätte ich warten sollen. Okay. Ah, scheiße. Okay. 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 Oh, das ist gut. Tschüss. Okay, let's go. Ah, scheiße. Mano. 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 Ja, klar, alter. Ich komm. Ja, das ist nicht wahr. Okay. Da kann einer sein modern Ken gut einsetzen. Ach, das ist doch nicht wahr, ey. Ah, das war... Da, ey, zu viel DI irgendwie. Ich bin auch zu viel auf Sachen reingefallen. Naja, egal. Sehen wir uns beim nächsten Teil. Okay, unser nächster Gegner, ein Luke. Das könnte recht schwierig werden. Das ist ja, ich bin. Yes! Das ist nicht die Ausgang. Das ist dein Ernst? Ach komm! Oh, leck mich! Das ist echt... Falsch mal. Das ist sowas von... manchmal echt. Mann! Weg mit dir! 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 Das ist sowas von lame. Einfach springen und ich bin so illlos manchmal. Oh, das ist... Ja, das ist... Ach, komm, ey! Das ist so lame. Mann. Das ist doch nicht wahr, ey. Scheiße. 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 Just an audition. Ah! Ah! Let me kill you. Ah! 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 So! Den werf ich weg, Mann! Es ist sofort da! Ist klar! Das ist doch unfassbar! Immer Jump, 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 Alter! Leck mich! Steine! Stand for me! 10 left! 10 left! Go to sleep! Tschüss, tschüss, alter, ey. Mann, Mann, Mann. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fall. Okay, wieder ein Luke. Boah, das ist immer so ein Krebs gegen den zu spielen. Wollen wir mal gucken. Auch wieder so einen leichten Brecher, den man machen kann. So. 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 Das war's. Okay. Okay. Yo, yo. Jetzt spielst du so. Oh, Mann. Er wartet ab. Oh, this is so tough. Oh, this is so tough. Too much for you. Just an audition. Oh, this is so tough. Oh, this is so tough. Oh, this is so tough. I am still. I am still. Oh, this is so tough. Okay. Was ist das? Weg mit dem Ist das Ist das eine Krebs Alles klar Dann sehen wir uns Noch beim nächsten Fall Okay Wieder ein Kern Meine Fresse Was ist hier los Klasse schauen Machen wir mal schauen Ob ich den geknackt kriege Einfach die Ai wieder Wieder die Ai Und wieder die Ai Das ist doch nicht War man Das ist doch nix Ah Mann Wegen so einfachen Shit Die Ai Und wieder Ja klar Und wieder die Ai Ach komm Immer auf dieselbe Leier fallig sein Ich kann nix Die Ai Das macht Nicht mit dem Charakter Nicht mit dem Das ist kein wildes Kennspielen Das ist einfach Durch Ich kann nix Ich kann nix Ja klar Er geht zurück, haut ab. Ach, Mann! Ah! Jetzt war er jetzt zu wichtig. Das sagt wohl nix mehr zu? Oh. Auf die billigste Art und Weise kennenzulernen. Das ist... Mann, ey! Das ist so langweilig. Aber was soll ich machen? Ich kann mit Marno nicht so gut. Ah, okay. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Mann, Mann, Mann. War das armselig. Okay. Wieder Luke. Echt. Krebsgegner. Meine Fresse. Und? Nein. Oh, nah. at. Das war's für heute. Yuck, na? Das ist, das ist nix! Oh, Vida, wake up. Man! Die hochstrengen. Und strengen. Wieder. Und wieder die AI. Ach, KANN! Da hätte ich Anti-Air machen können, aber ich glaube, hier endet mein Pardon gerade. Das soll man machen. Oh, Gottes Willen, die ganze Zeit gegen Leute, die Feuerbälle und Wake-Ups haben. Hä? Das war zu früh. Das war zu früh. Das war's für heute. Ja, ich musste mich damit retten. Das ist nicht wahr, ey. Okay. Einfach abwarten. Einfach abwarten. Mann, ey. Das ist nicht wahr. Ja, das ist doch... Klar. Guck mal, wie er abhaut. Abhauen. Dann save spielen. Leck mich. Ah, naja. Alles klar. Dann wär's das mit der Rang-Online-Match-Session in Street Fighter 6 mit Manon. Ja. Ich glaub, Gold wird schwierig sein. Aber ich glaube, höher bin ich auch persönlich mit Manon nicht. Also Platinum, ne, das werd ich mir nicht antun. Ja. Also ich werd noch, glaub ich, ein paar Sessions machen. Vielleicht zwei, vielleicht noch vier. Joa, und dann werden wir Pause machen mit Street Fighter 6 erstmal. Beziehungsweise ich mach ne Pause. Ich weiß nicht, wie ich die Videos veröffentlichen werde. Jedenfalls, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch ein Like da und ein Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Street Fighter 6 bzw. Fighting-Stage-Zeug gefällt, hinterlasst ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ich bin DK, das ist Game Stage 5 und wir sehen uns dort wieder, wo der Kampf am meisten schmerzt. Und zwar auf der Straße. Bye, bye.